Oh Neuer, hey! Herzlich Willkommen zur 16. Folge des FIFA Coop Let's Plays. Wir haben das letzte Mal ganz, ganz souverän drei Punkte eingefahren. Total! Ich habe jetzt groß wieder drin. Ja, finde ich gut. Wir können mal aus der Ferne ein bisschen draufhauen. So, ja Gott, ich habe Laum. Wir können mal aus der Ferne ein bisschen draufhauen. Also das letzte Spiel muss ich schon sagen, also dominant wie Sau. Also sowas Dominant habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und völlig zu Recht dann auch die drei Punkte bekommen. Ja. Was? Ich glaube genau, der Spielbericht entscheidet über das Ergebnis. Was? Verarschen! Haben wir sie abgebrochen? Ja, ich nicht. Ja, ich auch nicht. Warte, das Spielergebnis wird bestimmt. Bitte warten. Das hängt gerade ein bisschen. Das ist nett. Das ist aber gleich der Aufstieg. Pass auf. Das wäre... Das wäre ziemlich kackig. Das wäre nice. Naja. Au. Oh. Hm. Jetzt habe ich gerade irgendeine Verrenkung gemacht. Und auf einmal tut mir da irgendwas am Ohr wie. Was? Was? Ja, ich habe gerade irgendeine Verrenkung mit dem Mund gemacht. Und auf einmal tut mir da oben was am Ohr wie. Wir haben gewonnen. Ne. Gar nichts. Hä? Bei mir steht da gerade rechts unten gewonnen. Ist scheißegal. Guck auf unsere Bilanz oben. 4 0 2. Ok. Gut. Dann spielen wir es nochmal. Und dann... Was nimmst denn du für Änderungen? Achso. Ja. Thiago raus. Thiago. Oh, jetzt habe ich einen Pizzaro da reingestellt. Halt. Pizzarabsetto. Ne. Ja, der macht das schon. Ja. Pizza Express. Mhm. Ok. Gut. Dann startet er so. Ja. Und dann kann er Anpassungen. Und gleich. Gleich starten wir. Bestimmt. Irgendwann. Hoffentlich. Jetzt geht's los. Wir suchen einen Gegner. So. Spannung steigt. Spannung steigt. weiter. Wird ein Gegner gesucht. Tja. Das ist ja aus unserem Niveau. Ja. Ich frage, ob das gut oder schlecht ist. So weit unten spielt keiner. Genau. Oh, doch. Oh, jetzt. So kacke ist es lieber. So. Oh, jetzt habe ich einen Larm. Ich habe schon meinen Steiger. Ja. Na ja. Na ja. Dann lieber einen Larm. Ne. Larm hat eigentlich einen ziemlich schönen Schuss. So. Ja. Weiter hier. Ja. Ja. Bestimmt real. Was sonst. Ja. Es ist egal, ja. 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 Ich bin blau. Ja. Ja. Und da steigt auch die Freude gleich wieder. Oh, die brechen gleich ab. Schau hin. Ich glaube, die wechseln. Die haben jetzt schon Angst vor uns. Die wechseln. Irgendein taktischer Wechsel. Sie sehen. Oh, wir springen gegen Bayern München. Und dann. Ja. Kommt irgendein taktischer Wechsel. Ja. Wir wechseln sie ein. Und Ronaldo. Wäre schön, wenn sie ihn auswechseln. Ja. Das wäre eigentlich schon nice. Aus Versehen oder so. Wäre echt mal geil. Das wäre voll geil, ne. Weil den kann ich ja nicht einwechseln. Meine Freunde. So langsam. So. Hä? Die haben wahrscheinlich auch schon noch verändert. Ja. So. Da wird das Spiel gewinnen wir. Ja. Achso. Wir haben Müller im Sturm. Okay. Ja. Ist auch besser so. Ja. Ja. Ich gehe drauf. Gut. Ich gehe drauf. Ich gehe drauf. Ja. Ich gehe drauf. Ja. Schönen. Handschuh gelang. Handschuh gelang, ja. Ja, der weiß nicht, wo er hinspielen soll. Ja, was ist denn jetzt los? Jetzt muss er erst die Karte checken, wo die Leute stehen. Pass auf, jetzt haben sie gleich beide einen Disconnect. Oh, schade. Boah, Leute, ihr könnt ihr das nicht vorher machen, ganz ehrlich. Verscheiden wir schon aufs Klo gegangen, Pizza bestellt, Mutter an uns. Langs, schuze nach hinten. Och, Schweinsteiger. Schon im Mittelfeld, holen sie sich den Ball zurück. Einmal, zwei, zwei, drei, drei. Oh, das ist also mit schreinigen Tore treffen. Das geht einfach nicht. Das ist nicht machbar. Das geht nicht nämlich, oh maaaann. Das verkackt, hab ich das verkackt, ey. Das ist sicher wäre 1-0 verschissen, moja. Boah, ey. Oh, scheiße. Ja, natürlich. Das war jetzt das letzte Mal. Die können nicht mehr. Stimmt. Das war jetzt ihr letztes Mal. Die können nicht mehr. Das war jetzt ihr letztes Mal. Die können nicht mehr. Boah, zum Glück war der drüber. Ja, sonst was. Zum Glück war der drüber. Sonst weiß ich, was passiert wäre, hey. Sonst wäre es jetzt 1-0. Ja, auch. Boah. 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 Ach Gott, das will, weil ich da noch gegrätscht bin. Ja. Oh. Oh. Warte. Der Robben ist in der Mitte. Oh, der war scheiße. Nein. Oh, der hatte ich fast noch bekommen. Ja, fast. Oah. heute nämlich mehr in den lauf spielen das ist getan wurde ob ich habe ja ja ich habe so im inzüttel ms mittel und ein köpfen wenn es ist nicht sein da kommen wir einmal zum kopf verschossen machen dann laden jetzt hätten wir mal so gut gebraucht ja später erkenntnis souverän wie immer na fast das kann doch nicht sein jetzt macht er den an den forsten weil manchmal haben wir so einfach nicht anders verdient nein in der mitte das gibt es das kampf was haben wir für inkompetente spieler ich tu ihn bisschen weiter raus oder der kommt ein bisschen kurz die war richtig schlecht sehr weit raus die war richtig schlecht die ecke nein komm raus lieber ja wohl schön neuer wo das war mal wieder kein spieler jetzt ruhig 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 und schnell noch vorne jawohl jawohl ich würde mich verfolgen ich würde mich verfolgen als die blöde nein aber auch freig ist echt neben den Sohn es geht es ging kollektor sehr stehe aber wieder ein wurf warte lang doch jetzt einmal da kommt so eine Pissflanke raus, da muss ich viermal drücken für ich versuche das Limitige, aber Limitige schaue ich nicht schießen, nicht rollen ja, ich habe bloß kurz gewartet das Spiel seit immer zweikampfschwächer sind, das kommen wir jedes Mal so vor ja holen Torwart nur aufseits Mann, Mann das ist so ein Glanz, das geht nicht so voll ich habe nur noch nichts gedrückt was fuk? was ist das? oh, deine Mikroquenz, deine Stimmqualität wird immer schlechter ich habe voll die Üben wegs Ich nicht, bei mir läuft alles flüssig. Ja, jetzt geht's auch wieder. Ja, jetzt geht deine Stimme auch wieder. Ja. Oh, Gott. Nein. Ja, hier läuft die Götze. Götze in die Mitte, ne? Naja, Hauptsache, steht überhaupt einer drin. Zur Halbzeit. Also, ich würde sagen, wir sind das bessere Team mit den hochgehaltigen Rennen. Schossen. Das ist auf jeden Fall. Also. Eieieiei. Das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Ein Schuss aufs Tor ist ausgeglichen. Ja, trotzdem. Okay. Das machen wir schon. Sind wir gut dabei. Wir sind wir dabei. Jawohl. Können wir mal machen. Und der Gruß kann da nicht laufen. Jetzt kann er mal schießen. Wow. Ja, wenn ich immer so ein Tor schieße, ne? Also, die kommt jetzt diesmal nicht ganz so weit raus. So ein bisschen weiter. Dante. Nein. Oh. Mein. Verstehe Sie, warum die scheiß Gegend... Ja, weil die Gegenspieler auch nie in die Gegend kommen. Nein, die Mitspieler. Mach her jetzt dann. Ich würde jetzt schon sagen, den Ball abgeben, aber... Das ist eigentlich ganz richtig. Oh, neuer, hey. Den habe ich schon dringesehen, ehrlich gesagt. Nichts, aber... Rieskant, riskant. Jetzt haben Sie sich den Ball im Mittelfeld zurück. Müller, sie zentren Abschnitt. Wie wär's? Ne, faul ist. Ne. Er ist mir noch schön grätschen. Jetzt haben wir ja vor. Dann wird's langsam. Ja, kann man mal machen. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Oh. Oh, Gott. Ich krieg keinen Spieler. Geiles kenne ich. Ich bin gerade mein Spielerns ausgerannt. Das ist ziemlich traurig. Ja, ja. Ah. Gottes Willen. Ey, die schlagen die Bälle aber auch bloß nach vorne. Ja, weil sie auch nicht wissen, was sie machen sollen. Na ja, aufpassen. Prügel, prügel. Das ist ja wirklich ein High-Quality-Spiel, ey. Ja. Puff, Puff, Puff. Ball gewinnen und Ball verschenken. Ich bin ja nicht... Ja, genau. Da ist gut. Wenn du jetzt in Mitte gespielt hast, hätte ich ihn verloren. Dann schwöre ich dir... Alter, der Müller... Alter, ist der schnell. Was geht denn? Ich will den Ball verlieren jetzt. Nein. Ach. Das ist immer auf den letzten Meter, ne? Okay, dann geh ich Mitte. Ja. Oh, scheiße. Oh, schweinsteiger. Ja, da ist ja das Problem. Du weißt nicht, was ich machen will. Ja, eben. Du kannst dich da ja nicht drauf vorbereiten. Nein. Nein, 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 nein. Oh, schade. Oh. Ja. Langsam kann er sich den Ball zurück. Jetzt hauen rein. Oh. Vielleicht noch ein Meter oder zwei gehen können. Ja, eben. Das fällt einem dann immer hinterher auf. Ja. Dann verhindert er den Rückstand. Es bleibt beim Unentschieb. Ganz schlechte Ecke. Ja, boah. Sie haben. Nein, scheiße. Ich hab's noch alles zu. Jawohl. Na, dann schießt der Ramos an. Das steht eigentlich Ramos im Abseits. Das ist immer noch. Das ist immer noch. Scheiße, warum soll es sein? Ja. Ich weiß auch nicht, was er da umeinanderguckt. Nein, hier zu sprechen. Nein, das geht nicht. Oh, Alter. Ich drücke dagegen, ne? Das ist der Räder. Alter, war der... Nein. Mein Gott. Alter, nee. Ich bin gelb, ey. Ich hab voll viel Glück und so. Bye-bye. Gott, also... Das sind die Schieße zweimal gehen, den Mix-Posten. Immer. Immer. Sie könnte das Spiel jetzt auch mal abbrechen. Na, vielleicht brechen Sie es ja auch nicht. Ja, meine ich auch. Ach so, die könnten dann... Ja, okay. Ja, okay. Jetzt vertuddelt er wieder am Ball. Ach, gut. Und Achtung, genau hier raus. Ja, Gruzinesen. Oh, danke. Alter. Ui, ui, ui. Komm, halt. Einfach am Ball vorbei. Sollen wir wechseln beim nächsten Mal. Ja. Gut. Schön, schön, schön. Leverie. Nein, der war zu fest. Scheiße. Dann kannst du ja auch versuchen, selber zu machen. Der Leverie kann das aus der Position. So. Ja, mach mal. Oh Gott, wen haben wir denn? Also, einen Shaqiri hole ich für einen Groß. Ja. Vielleicht Mandzukic vorne rein, aber dann... Vielleicht noch Thiago für... Ich höre den Pizarro vorne rein tun. Echt, Pizarro? Ja, der ist schon cool. Ja, Pizarro ist der Mann für die geilen Tore am Schluss. Mach Pizarro vorne rein. Und mach vielleicht Thiago für Ribéry und dann mach Shaqiri links. Okay. Okay. Fertig? Ja. Pass auf, der passt. Ach, gut, den habe ich eh nicht bekommen. Daran. Ah, ja, ich... ...die Schlüsselphase für die Heimmannschaft. Absolut, das könnte den Ausgang des Spiels entscheiden. Und die Frage ist, behalten Sie die Nerven, kommen Sie nochmal. Jo, Müller! Und das sieht nach einer guten Torschau... Oh, nein! Oh, man! Du kannst doch auch mal einen machen hier. Die beiden Teams haben sich nicht allzu viel geschenkt bislang. Oh, Schweinschläger. Da dürften die letzten Minuten nochmal so richtig spannend werden. Ja, Mann, ihr bleibt einfach mal stehen. Ja, das ist... Weißt du? Ja, nicht bewegend. Nein, nein. Also. Komm, fuck. Mach mal auf Seeoffensiv vielleicht. Ja, mach ich gleich. Das war so fast so ein Toni-Groß-Fass. Der Kopfsport war eben. Boah, Pizzau. Nein. Ja, nein. Alter, das ist ein Meter für uns. Wir haben sie. Kaut. Du hast ja hier gesagt, ich umgehaue. Scheiße. Fuck. Das war schon ein kleines Wunder. So ein Moment von Wunder. Aber das haben wir nicht. Irgendwie nicht. Das Problem. Jetzt kriegen wir einen Einwurf. Damit ist das Spiel gelaufen. Jetzt ist das. Stups. Mal. Alles nach vorne. Links. Oder unten halt. So. Was? Entweder. Entweder. Was? 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 Der hat gefoult. Durst. Alter. Ich habe nichts gedrückt. Ach so, es könnte Rastbefehl vom Flankenbewerb sein. Schiefer weckt mich der Mann. Was? Schon wieder. Retten wir das war der scheiß Restbefehl vom Flanken. Natürlich war es der scheiß Restbefehl vom Flanken. Was soll es denn sonst gewesen sein? Alter, nee. Nee, nee, nee. Okay. Das war scheiße. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht geben die Kinder ja dann wieder auf. Tschüss. Tschüss.